Kreuzweg der Liebesflamme 14. April 2000 Zu Ehren der Wunde der rechten Hand Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen Zu Ehren der Wunde der linken Hand Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen Zu Ehren der Wunde des linken Fußes Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen Zu Ehren der Wunde der rechten Seite Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Mutter Gottes, meine Kinder, geht mit Jesus und mit mir den Kreuzweg und vereinigt euch in Liebe mit ihm im Mysterium des Leidens. Betet so mit vereinigten Herzen mit ihm den Kreuzweg. Erste Station Jesus wird zum Tod verurteilt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Trotz des ungerechten Urteils von Pilatus beharrt Jesus ruhig auf der Wahrheit. Denn Jesus selbst ist die Wahrheit. Haltet euch bei euren Entscheidungen, auch in schwierigen Situationen, in eurem ganzen Leben, an die Wahrheit. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzig, der Herr Jesus Christus. Erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Zweite Station Jesus nimmt das schwere Kreuz auf seine Schultern. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Jesus nimmt bereitwillig mit hingebungsvoller Liebe zum Heil der Menschen das Kreuz auf seine Schultern. Euer Kreuz tragend könnt ihr echter Nachfolger Christi sein. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzig, der Herr Jesus Christus. Erbarme dich, unser und hilf, den armen Seelen im Fegefeuer. Dritte Station Jesus fällt zum ersten Mal unter der Last des Kreuzes. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein Heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Allein der Satan freut sich über den Fall des Menschen. Ihr könnt von dem durch die Sünde verursachten Fall leichter aufstehen, wenn ihr auf Jesus und durch ihn auf den barmherzigen Vater blickt. Denn dann richtet euch die Liebe Gottes wieder auf. Vater, unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, die auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deine Liebesklamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigte, Herr Jesus Christus. Erbarme dich, unser, und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Vierte Station. Jesus begegnet seiner betrübten Mutter. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Das scharfe Schwert des Schmerzes bot sich in mein unbeflecktes Herz, während sich mein Blick mit dem meines göttlichen Sohnes trifft. Dieser vielsagende Blick, Jesus, und auch der meine, trägt das tiefe Geheimnis des Mitgefühls und des Miteinanderleidens in sich. Blickt im Leiden auf mich, auf eure Schmerzensmutter, ich stärke euch. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit, dem Gnaden wirken deiner Liebesnummer, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Erbarme dich, unser und hilf, den armen Seelen im Fegefeuer. Fünfte Station Simon von Zerena hilft Jesus das Kreuz tragen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein Heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Jesus lässt sich von anderen helfen. Wir müssen lernen, die Hilfe demütig anzunehmen. Helft einander mit Liebe und nehmt das hilfsbereite Wohlwollen eines anderen Menschen an. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzig, der Herr Jesus Christus. Erbarme dich, unser und hilf, den armen Seelen im Fegefeuer. Sechste Station Veronika, reicht Jesus das Schweißtuch da? Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein Heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Auch wenn die Hilfe nur gering ist, die hingebungsvolle Liebe tröstet immer die Seele. Heiligt euch stets gegenseitig mit Liebe und in guter Absicht. Dann werdet ihr in eurem Mitmenschen Jesus erkennen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigte Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Siebente Station Jesus fällt zum zweiten Mal unter der Last des Kreuzes. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Aufgrund der Erschöpfung, die Quälen zu Boden drückt, wird der Kreuzweg immer schwerer. Habt keine Angst vor den Lasten und den Leiden, die euch erwarten. Fast Tag für Tag neuen Mut in Liebe und in der Bereitschaft zur Buße. Damit tragt er das Kreuz des alltäglichen Lebens. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unseren Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebeslamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigte, Herr Jesus Christus, erwarme dich unser und hilf den armen Seelen im fähige Feuer. Achte Station Jesus tröstet die weinenden Frauen von Jerusalem. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Das Weinen bringt der Seele oft große Erleichterung. Registrinnen der aufrichtigen Reue. Bemüht euch in dem Maße, in dem ihr die unendliche Liebe verletzt habt, Genugtuung zu leisten. Und diese Reue wird euer Herz zu großer Liebe entflammen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Über. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzig, der Herr Jesus Christus. Erbarme dich, unser und hilf, den armen Seelen im Fegefeuer. Neunte Station. Jesus fällt zum dritten Mal unter der Last des Kreuzes. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Jesus fällt auch zum dritten Mal unter der schweren Last des Kreuzes. Doch er steht wieder auf. Auch er fällt immer wieder in eure Sünden zurück. Gebt aber dennoch den Kampf gegen die Sünder und das Böse nie auf. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gekreuzig, der Herr Jesus Christus. Erbarme dich, unser und hilf, den armen Seelen im Fegefeuer. Zehnte Station. Jesus wird seiner Kleider beraubt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Der heilige und makellose Gott Mensch sühnt die Sünden der Schamlosigkeit des Fleisches und der Unmoral, welche die Menschen in Gedanken, in Worten und durch ihr Handeln oder durch ihre Blicke begehen. Oh, wie groß ist doch der Sündenfuhl der Menschheit. Strebt nach einem heiligen Leben, nach der Reinheit des Leibes, der Seele und des Geistes und vereinigt euch so mit dem Sühneopfer Jesu. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigte Herr Jesus Christus, erbarme dich uns und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Elfte Station Jesus wird ans Kreuz genagelt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Der Tod des Gottmenschen brachte der Menschheit den Sieg über den Tod. Den Tun des neuen Lebens, die Freude, und der Kreuzigung erleidet Jesus aus Liebe zu euch, um die Sünden der ganzen Menschheit zu tilgen. So sünde mit seinem Gehorsam den Ungehorsam gegenüber Gott. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünde, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im fege Feuer. Zwölfte Station, Jesus stirbt am Kreuz. Wir bieten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Der Tod des Gottmenschen brachte der Menschheit den Sieg über den Tod. den Trumpf des neuen Lebens, die Freude der Auferstehung. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gekreuzigte Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesfirme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. 13. Station Jesus wird vom Kreuz abgenommen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Als leidende Mutter stand ich am Kreuz meines göttlichen Sohnes und wurde in allem ganz eins mit meinem Jesus. Mein Herz blutete vor Schmerz. Mein mitfühlendes Herz zerbrach fast, als ich meinen Eingeborenen in den Armen hielt. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht dem Versuchungs, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigte Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Vierzehnte Station, der heilige Leichnam Jesu wird ins Grab gelegt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Der Tod ist nicht die letzte Station. Der Tod des Menschen ist ein Übergang in das ewige Sein, in das ewige glückselige Leben für all jene, die sich für Gott entscheiden und die bis ans Ende standhaft ausharren. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gekreuzigte Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Gelobt Jesus Christus, in Ewigkeit, Amen. Maria mit dem Kinderlieb uns allen deinen Segen gib. Amen. Hal Tsch� Vielen Dank.